Auf der Trinktec ist es größer, es ist bombastischer, es ist die ganze Getränketechnologie, also auch Molkerei, Saftabfüllen und man sieht alle technischen Neuerungen, die ganzen großen Firmen bringen irgendwelche neuen Highlights und wenn man technisch aversiert ist und Lust an solchen Maschinen hat und ja, es ist eine top Plattform für die Unternehmen sich zu präsentieren und für uns ist es eine Wahnsinnslehrstunde, man kann alles anschauen, man trifft natürlich auch die ganzen Leute und als Unternehmer gehe ich auch dorthin, um Geschäfte zu machen, ganz klar.